Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special auf meinem Kanal. In diesem Video wollte ich euch einfach nur mal die besten Klingeln zeigen, die ich je auf einem Minecraft Multiplayer Server gesehen oder gehört habe. Ja, diese ganzen Klingeln wurden gebaut von Time. Das sind zwei Stück und ich zeige sie euch einfach mal. Musik Ja, also das ist schon mal beeindruckend und wenn man hier runter geht, sieht man auch, wie das Ganze funktioniert. Noteblocks bedecken praktisch das ganze Grundstück unterirdisch und ja, wie wir am Datum sieht, ist das Ganze schon ein bisschen älter, aber das ändert gar nichts da dran. Und da es ja zwei Klingeln sind, hier wäre die nächste. Musik Wieder von Time und diese zeige ich euch auch nochmal unten. Musik Jo, das war es eigentlich auch schon von diesem kleinen Special. Ich wollte euch einfach nur mal diese Klingeln vorstellen. Ich habe größten Respekt vor Time, der diese Klingeln erschaffen hat. Jo, und ich würde sagen, mit der Klingel beenden wir das Ganze dann auch wieder. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.